Herzlich willkommen zurück zu Deponia. Oder Chaos auf Deponia. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer. Weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Ich kann nicht hier weg. Nicht ohne Goal. Okay. Okay, ist ein Mülleimer. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Uh, glitschig. Ist das eklig? Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Ich... Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ich kann... Ich muss... Trotzdem kannst du nicht widerstehen, Rufus. Okay. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer. Freiheit. Der toxischen Chemikalien. Und? Tonys Mutter. Boah. Du verscheust die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ja. Ich, Rufus, wo ich finden, dockt sein Labor. Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Eine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spellunke? Ha, egal. Dann gehe ich wohl erst mal Doc besuchen. Industriegebiet. Na dann. Huch. So. Fragezeichen. 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 Rufen. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Immer wieder. Oh nein. Stock. Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Hä? Der macht ja dich fertig. Okay. Ich schluss. Kugel. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Isolierband. Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Aber trotzdem müsstest du es mit, du Idiot. Ähm. Dort steht ein Wachhund. Hier ist diese Aufgabe. Ich verdresche den... Ähm. Isolierter Stock. Ähm. Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Brache mit einer Streitachse. Ja. Ist klar. Oh. Den werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Natürlich. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, kubernetes, hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyberdingstar, Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön? Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi-Nerdgefase-Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Pff, ich lasse mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimimi-Überlegen-Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Äh, ja. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Hm, ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich wissen dir immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Alter, dieser dämliche Köter. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Disignation als Wachhund komprometieren. Ich komprimier dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegende Spezies ist. Warum packst du es mir da nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Hm, das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte spreche dir direkt in das Audiointerfell. Meinetwegen. Bitte. 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 Rufus, du Trottel. Aufhören. Bitte aufhören. Meine Zeitkreise überladen noch. Gute Idee. Ich habe eh nicht wirklich was für Hunde übrig. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Boah, du Lüser. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Oh, wie ich Hunde hasse. Und was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Daraus wird wohl nichts. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkromitiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht, tue ich mich nicht von dir verbessern lassen. Jawohl. Es lege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Äh. Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Ah. Oh. Sag das doch gleich. Ich hasse Hunde. Wie ich Hunde hasse. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Schnabelt hier. Schnabelt hier sind cool. Was ist denn das? Was ist denn das? Hunde. Na schau mal, was ich hier feines habe. Und jetzt, sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Hm. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Blech. Dieser Blecheimer ist sogar zu blöd zum Apportieren. Na los. Ich habe gerade ein Stöckchen geworfen. Und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass sie sich noch mehr zum Affen macht. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte. Ich mache es dir vor. Nein. Nein. Oh, Junge. Das hast du sicherlich gerade getan, oder? Ich werde nicht mehr. Schnell, schnell. Die Lampe. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, äh, wann, wann der Schlag fertig ist. Äh, was so ein Schlag. Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Haha. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus. Du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Äh, scheinersinnere, was? Isolierter, elektrisch aufgeladener Stock. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Dieses Jackschill-Dach ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Nein. Mach's nicht. ein Stock in den Mund? Oh, Junge. Ich werde nicht mehr. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, Junge, 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 Junge. Oh, na endlich. Na endlich, äh. Blödes Ding. Hm. Elektrolyden? Äh, Elektroden? Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. So was erkenne ich sofort. Natürlich. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen. Hey, Doc. Rufus. Endlich. Wohl hat er es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich geh da mal Bozo suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter, die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten. Aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Niveau. Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Bozo sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt es also im Gadget Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Immer muss ich laufen. Ich komme mir langsam vor wie so ein Laufbusche. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da bist du ja mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast ja etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Hm. Und eure Hände sind die richtigen. Lagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Dann lass es doch. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem... Was war denn das jetzt? Das frage ich mich auch. Äh, Karte. Doc. Wen haben wir denn da? Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet. Lasst mich das umformulieren. Oh oh. Au. 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 Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Natter Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Alter, alter. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadgetgarten. Es bedient sie ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich ihnen helfen? Shop schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zur Zeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig. Dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Natürlich nehme ich die teuren. Aber wir wissen ja alle, was passiert. Trottel! Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich! Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Mhm. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gutaussehende Typ in dem Mandel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst? Wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Pletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinen Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinander gebracht hast? Hm. Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc? Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Hä. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Tony haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles Weitere vor. Na dann. Auf geht's. Ja. Ich beende für heute diese Folge. Bis zum nächsten. Tschü tschü. Tschü tschü.